Jo, heulah Leute, hier gebts dann auf zu meins, hab mein Selfiesick, hab mein Haus vergessen, weil ich erst gerade heute und früh an den Kabel dran gemacht hab und wo es jetzt aufschlafen hat, morgen wird zum Selfiesick weiterhin. Und meine Freundin hat gesagt, ich sage Alarm, 1, 2, 3, 4, go, Lenkertür, jetzt drück ich jetzt 1 Sekunde, aber wenn ich so lange, ich weiß noch, ich hab keine Ahnung, kann ich über Ansagen, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo die Ansagen kommt, das heißt, ich kann ruhig in einem Sonntag schon aufnehmen. Jetzt weiß ich, was Rauchabzug ist, das ist für den Fenstern, den kann ich euch aber besser nicht zeigen, wenn ihr jetzt wisst, was Rauchabzug ist, das ist für den Fenstern, den kann ich euch aber besser nicht zeigen, das könnte ich natürlich schon auch machen, wenn ich mich nicht öffnen, ich will es drun lassen. Ich könnte einen Ansagen aufnehmen, ich höre mich sehr lauter. Ja, wo kommt das Sound her, warte, komm, wir müssen die Ansagen für 3 Sekunden drücken. Äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob die Ansage laut ist, das könnt ihr jetzt schon eine Auslandreise machen, nur wenn ihr diese Video mit dieser Ansagen könnt ihr es hier gleich sofort aufnehmen. Eine große Auslandreise, meine Freundin hat gesagt, ihr soll den Alarm drücken. Also, da habe ich auch nicht bekommen, aber ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich keinen Ärger bekomme. Kein Ärger. Ich hoffe, dass jetzt keiner gehört, hoffentlich. Ach so, lass doch mal tun. Ja. Und wo er sehen, warum ich damit wollte. Zum Glück ist das ein Minus 3. Guck mal, rote Kiste. Es ist eine Auslandreise. Jetzt könnt ihr alle anderen, sonst nicht wörtert. Guck mal, hier, kuss jetzt lauter. Eiter, jetzt ist die Lauter. Warte, hier ein bisschen. Hör mal. Hör mal. Hä, es ist nicht gut, gut. Hör mal. Warte mal. Hör mal. Warte mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Hör mal. Ich traue mich nicht zu. Ich habe Angst. Ich will den Alarm sonst nicht aufnehmen. Ich meine, die Ansagen meine ich. Ich weiß nicht, ob es um Minuten dreht. Ich weiß nicht, ob es auch bei allen hören. Mich will ich hier nicht ausbilden, auf keinen Fall. Mein alter Thyssen. Mann, verdammt. Nicht Thyssen, sondern Schinger. Mein Gott, Schinger. Warum Thyssen? Ich steige im Minus-3 aus und dann gehe ich von hoch und arbeite auf Züge anschauen. Oh, steht hoffentlich. Der Sound hört mal auf. Ich denke, hier ist mir das Einzige. Ich bin so offen. Sehr doof. Ich gehe jetzt zu mir hoch. Ich möchte euch Aufzüge filmen. Toll, Leute. Bleibt gesund hier. Eindeutig am Ende. Einfant. Es geht weiter. Das ist ein bisschen wie eine Individuheit nach. Drei ein paar Jahre durch. Ich bin und ich bin Innovation. Ein Räuser. Ich bin in Berlin. Und ich binveragebevon. Wie ist es sein? Ich bin jetzt johls.